In dieser Folge Helled Loose spielen wir auf einem fast leeren Server. War schon relativ spät. Ja, nix besonderes, aber trotzdem interessant. Viel Spaß dabei. Republican. Ähm, warst lange nicht da? Wie geht's dir? Warum war einer drin? Ich weiß nicht, ob ich ihn getötet habe. Ja, hab ich. Ich komm zu dir. Einer war südlich mehr von der Kirche. Ja, da sie nur zu zweit sind. Ich cappe auf jeden Fall gerade an. Ich leg mich einfach mal hier an die Mauer. Und lass mich überraschen. Außenposten hab ich wirklich weggeholt. Außenposten steht vor. Ich hör hier noch irgendwie Bertha, Bertha. Außenposten zerstört. Außenposten wurde zerstört. Wo ist denn der? In der Kirche? Nee, neben hinter der Kirche. Der rennt. Jetzt ist er hinter der Kirche. Hinter der Kirche. Er kommt da wieder. Ich geh rechts rum. Oh. Hinter der Kirche, ja, hinter der Sakkristall ist einer. Wo kann ich jetzt? Ey, der schießt auf den Sanitäter. Oh. Da war eben einer. Lebt aber noch. Wir haben an der Kapelle haben wir Feind. Kontakt. Hinter der Mauer. Er geht jetzt erstmal was essen. Ja, guten Appetit. Was gibt's denn bei dir? Einer an dem, was auch immer das ist, ausgeschaltet. Ich würde dir darauf tippen, dass da in der Ruine ein Spawn ist. In den Schützencreme sind welche? Äh, ja. Ja, in der Ruine muss er sein, Spawn mäßig. Einen im Schützencreme ausgeschaltet, einer ist da noch. In der Ruine muss ein Spawn sein. Da ist einer im Schützencreme. Ich hab'n, ich hab'n Außenposten zerstört. Und bin gestorben. Sani! Ja, wie soll ich denn zu dir kommen? Um die Kirche herum. Ich kann's versuchen, aber... Ich glaub' nicht, dass das funktioniert. Also die Sani, die Pirne... Ja, ich hab'n im Schützencreme erwischt. Siehste. Ich hab' da. Einem Schützencreme ausgeschaltet. Dream Team. Ich werd' geheilt. Oh, du bist so lieb. Bleib' liegen. Bleib' ich bleib' liegen. Von wo? Du sollst nicht sterben, während ich die verbinde. Und nein, der Kirche ist noch einer. Komm' wahrscheinlich jetzt hier unten rein. Ah, ich hab'n. Oh, er hat mich. Voll'n Fettschrott. Das war's. Hin. Wo war ich hin? Einen hab' ich hier. Ja. Meine Position ist frei. Achso. Stell' ich mal in Außenposten. Wartet mal weiter. Du sollst nicht. Kapelle an sich scheint auch frei zu sein. Bin 1-1. Eine in der Kapelle bekämpft. Zwei in der Kapelle bekämpft. Außenposten steht. Ist da was? Zwei bekämpft. Auf der anderen Brücke. An der Brücke. Unten. Ich glaub' ich seh'n ne Garni da hinten. Kann das sein? Ich glaub' ich seh'n ne Garni da hinten. Na, ich kann mal gucken wir hinten mit. Die Aufklärer sind schon auf dem Weg dorthin. An unser... Ah, die Aufklärung. Bin schon wieder. Komm' gar nicht weg. Hier auch keinen mehr. Wir sehen's wahrscheinlich. SDKFZ. SDKFZ. Ja, ich hab' ne Schmutz zum Springen. Ja, aber da hinten... Da steht ne Garni, ja. Zumindest liegen das so klar. Ich versuch' mal hinzukommen. Okay. Wir haben's schon weggehauen hier. Wir haben keinen Außenposten. Ich setz' neu. Danke dir. Kapelle ist umgekämpft. Sind 50 Supplies. Hier steht irgendwo ne Garni, ja. Ja, ich seh' die Garni. Aufklärung sollte sie einen erwischt haben. Ich muss noch hin. Ich muss echt... Ja, den hab' ich erwischt an der Garni. Der hatte Schnee-Tarn an. Das ist sehr schlau. Garni steht hier. Ich bau sie ab. Ist weg. Wir sind nur noch Steps. Ich weiß nicht, ob das einer von euch ist. Ich hab' hier Steps bei mir rechts von mir. Außen. Ja, hier vorne, ja. Einen hab' ich. Ja, hinten kriegst es einer rein. Einer saß noch drüben auf der anderen Straßenseite. Bin mir nicht sicher, ob ich den auch hab' aber... Hier, wo ist denn der Tank? Ich hab' ja auch noch Steps. Wir haben's gewonnen. Hab' ihn. Hier ist noch mehr vorne vor der Kirche. Achtung, hat vor der Kirche die Körnern hat er geworfen. Jetzt haben wir gedacht, wir machen noch ein bisschen Infanterie. Da, 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 da. Ich glaub' ja, hier hat jemand meinen Stream verfolgt. Wieso? Wieso? Naja, immer wenn ich den Außenposten gesetzt hat, stand da irgendjemand in der Nähe. Den ganz gelobigen. Achja. Nein, nein, natürlich den Körb. Oh, ich hab' von allen... Oh, ihr seid so süß. GG. Cola Mix. Nach deinem Mettbrot warst du nicht auf meiner Seite. Und Cola Mix, kannst du mir bitte verraten, was irgendwann die Hauptstraße runtergefahren ist und über meine Minen gefahren ist? Es waren knapp 100 Kampfpunkte, es kann also nicht einfach nur ein LKW gewesen sein. War das eine zweite Halbkette von euch? Wie ging das? Waren wir schon über 30 Leute? Wieso, Halbkette kannst du ja auch so fahren. Achso.